20 minuten schon um super noch zehn minuten dieses schicksal hier ach man ja ich sterbe nur noch mann ehrlich jetzt ach ja sache noch der segen läuft noch neun minuten centus also es ist richtig interessant 30 minuten dieses gleichen abschnitt wiederholen zu sehen nur andere folgen zum töten obwohl die ändern sich auch nicht entweder werde ich getötet von der pflanze ich stütze beim kumpa ab oder schütze bei diesen springern ab auch stelle ich nicht so anklisch doch spiel das nicht mehr das ist mir egal ob man ja drauf hat das ärgert mich dieses level du stellst dich aber auch an was soll ich denn sagen für mich ist das spiel auch nix du merkst ich bin eher auf irgendwas ein in mario als mario als taktik strategie spielt hier zu spielen und als logisches mario ist kein logisches spiel ach so das sind mich gern japaner was war das denn für ein bug ja du cheatest doch schon wieder siehste du hast vorher auch gecheatet gleich hat's maul ich war auf dem klo da habe ich das schon vorgespielt du bist behindert ich hab das gar nicht vorgespielt nnannannannananie nnannannan jaja ich rufe gleich den notruf ja können wir ins krankenhaus einweisen wenn ich behindert geworden bin im kopf ja 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 ich nehme mal die tastatur gleich hier mit so ziemlich an der position zum sitzen den speichern hoffentlich hast du irgendwie falsch gespeichert wo es eigentlich ganz gut war hoffentlich du hast kein safe set dazwischen drin gemacht habe ich aber schade 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 schokolade schade 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 schokolade mach jetzt mal genau so wie das ist noch das ja ist klar ich bin durch die körper durch ich entfände gleich irgendwelche blöcke weiß ich nicht ich lösche alle geister blöcke die mir auf den Keks gehen besonders der beim Gumpa dieser scheiß Block also ich komme mittlerweile an den Gumpa ganz gut ran aber ich komme nie über diesen Block ich entfände auf jeden fall die Springer sind nervig ja besonders er der zweite der dieses weg springt willst du mich jetzt verarschen ja natürlich jetzt muss er gedrückt halten sonst springe ich nicht hoch genug ja und dann lande ich natürlich nicht auf der Rakete drauf dass ich hochkomme fick dich ich muss eben was machen ich muss eben was machen wie soll das denn schon gehen wie soll das denn gehen weiß ich nicht ich zeig dir wie das geht einfach nichts machen ja das machst du auch gerade ne doch ich mach was ja wie geht denn das ich bin schon nicht getroffen dann kann ich schon wieder laden jawohl 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 ich stütze immer ab oh man ey ey wie soll das gehen wie soll das gehen würd ihr mich verarschen ja geht doch gar nicht klar geht alles Wenn du es schaffst Ich schaff's nur nicht Ich schaff's nur gesehen Den zweiten Springer zu töten Wenn ich die ganze Zeit auf seine Birne hüpfe Wenn er da an die Wand rumglitscht Dann glitsch ich dem hinterher Meine Güte Meine Güte Drei Minuten des Elends nur noch Jawoll Ich freu mich Du machst weiter Ne Ich mach eine halbe Stunde Danach werd ich Banane schon bei diesem Spiel Mann Wie kommt man hier denn hoch? Nein, ich bin bei den Bomben Nein, nur ich konnte nicht saven Ich raste gleich aus Boah Ja, ja, auf gleich Ich konnte nicht saven Ich konnte nicht saven Centos Nein, ich konnte nicht Nein, das Das zweite Level geschafft Wie einfach ist denn das zweite Level? Ist schon ein bisschen schwerer Aber ist schon einfacher Das ist ja voll das Cheaten dann Wenn das einfache ist Ja, das ist wirklich Man schafft das immer Ja, ich schaff ja noch nicht mal das erste Aber überleg Du hast das gerade geschafft Ja, hätte ich gesaved Da hätte ich noch diesen Drehsprung machen müssen Das ist nämlich das Problem Du, in dem Moment Denkst du nicht an zählen Und da musst du Da muss man echt schnell genug reagieren Ich glaube die Minute brauchen immer anfangen Das Level Nächste Klar Kannst ja anfangen Oh Hast du's geschafft? Ja, so geil Ja, jetzt weiß ich aber nicht wie der Safe geworden ist Ach du Scheiße Hast du Bist du bei der Bombe jetzt oder wie? Okay Aber der Safe ist so kacke Ich muss direkt immer drücken Ja Was passiert Nein Nein Ja Nein Mich hat die Bombe getötet Ich hab beide Bomben Ja, ich hab mit beiden Superjumps die Bomben getötet Kann ich mich jetzt waschen? Nein Kann ich mich jetzt hier trollen? Oh, wie soll das denn jetzt funktionieren? Ja, wenn ich einfach war, dann ist klar HP Siegbombe Das geht auch gar nicht Oh, ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Oh, ja, 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 ja Bist du an den Bomben vorbei? Ja, hab jetzt alle Bomben besiegt Hast gespeichert, ja, ne? Ja, ich fang jetzt grad an, alle durchzusaven Jo, und dann werden er gespeichert Wollen wir sagen Bis zum nächsten Mal bei Casio Mario World Nein Ciao, ciao Nie wieder Das ist die letzte Folge von mir Bye, bye Nein Tschüss